Liebe Genossen von den Grundrissen, ich bin ja auch einer von euch aus unserem niederlichen Überwinterungsort. Ich wünsche euch alles Gute für die Veranstaltung heute. Ich freue mich, dass wir so nah, nämlich schon 10 Jahre, die Grundrise ausbinden. Und ich bin ja fast von Anfang an dabei und wünsche euch allen Erfolg für die Veranstaltung. Viel Spaß mit der Besucht, mit der Tanz und Happy Surfing, wie man hier so sagt. Vielen Dank.